Hallo, ich bin Leonid Marko, ich bin 16 Jahre alt, ich spiele im Mittelfeld. Meine bisherigen Vereine waren der FC Freiburg-Sankt-Orgen. Meine Vorbilder sind Messi und Thiago. Bei FIFA nehme ich FC Barcelona. Meine persönlichen Ziele sind, mich so gut weiterzuentwickeln und die beste Version aus dem selber zu werden. Und die Ziele mit der Mannschaft sind, alle Spiele zu gewinnen und so gut wie es geht zu spielen.